Warum bist du besoffen? Wir haben Mittwochabend. Hoffentlich kriegst du eine Sperre vom Jobcenter. Hoffentlich kriegst du eine Sperre vom Jobcenter. Und du, wie heißt du? Bist auch so ein scheiß Kanagel. Ich bin Deutscher. Weißt du? Ja, du bist ein Stricher. Ich hab dich gesehen. Schmuckstraße, Hamburg. Was für Schmuckstraße? Da arbeitest du. Sei ruhig. Ja. Schmuckstraße, Hamburg, Alter. Du bist aber keine echte Hamburgerin. Du musst nicht aufstehen und euch ausräuchern. Geht schuppen. Geht schuppen. Geh mal in deinen Pisslanzschuh. Schuppen, schuppen. Ramona. Fick deine Mutter oder deinen Vater in Arsch, du. Oh Gott. Och Mann, Ramona. Schamuta. Ist das dein Künstlernamen oder was willst du? Nee, das ist dein Vor- und Nachname, du. Das ist mein Vor- und Nachname, du. Hör mal zu, du. Ich komm aus Hamburg. Hier gibt's lecker Mokrele. Ey, wollen wir uns die Ramona mal angucken? Ey, Luke-Time, Luke-Time. Ach, Mann, fick dich in den Arsch, Mann. Geh hier mal zum Bahnhof, zum Flughafen. Never come back airline. Und was finden die hier? Das ist die Ramona. Ich soll jetzt mal sagen, ich glaub jetzt. Ja, mal. Ich schnauze voll von euch, ey. Ramona, Ramona, du siehst aus, als ob du von einer Wahrsagerkugel im Zelt sitzt, Alter. Was laberst du? Ja, das ist mir so egal. Ich könnte Menschen beleidigen, du. Du kommst doch hier rein und sagst, ich scheiß Kanäken. Ja. Ja, was ist? Was sagt ihr denn alles hier? Respektloses Pack, Mann. Mach mal die Kamera an und leg mal Tarotkarten vor uns. Damit wir wissen, wie unsere Zukunft aussieht. Ramona geschuftet. Bei dir haben sie doch die Nachtgeburt großgezogen, Mann. Ja und, bei dir hat... Kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem, du Fickse, Alter. Kein Problem, du dummer Idiot, Alter. Kein Problem, kein Problem. Du hast ja keine Zähne, Junge. Du hast dich mal Zähne, Junge. Komm, zeig dich mal, komm, komm rein. Kein Problem, du verdammter Idiot, Alter. Junge, du bist 80 Jahre, du bist 80 Jahre, mein Bruder. Du bist so dämlich, du bist so blöd, Alter, weißt du? Junge, Immobilien... Du dämlicher Marihuana. Du bist so blöd, Alter. Junge, Immobilien 26. Was für Immobilien 26, Junge, mit einer Einzimmerwohnung. Ausladen, was finde ich da voll? Ja, okay, komm, wir fangen mal von neu an. Wie geht's dir? Okay, was? Was machst du beruflich? Kannst du lesen? Nein, du und Immobilien... Timmer, du hast Kopfhörer von... Bleib mal auf. Sag mal bitte, wie ist das Wetter draußen? Soll ich mir eine Jacke anziehen? Sag mal. Ey, Bruder, nehmen wir mal meine Witze. Bruder, nehmen wir mal meine Mütze. Der Arme, Bruder, ja. Bruder, schick mal Adresse, ich schick dir eine Mütze. Bruder. Bruder, schick mal Adresse. Bruder, schick mal Adresse. Bruder, schick mal Adresse. Vielen Dank.